Unser Industrial Automation Data Center bietet eine hyperkonvergente IT-Infrastruktur für Ihr digitales Unternehmen. Es kann individuell konfiguriert werden und erfüllt alle IT-Anforderungen in der Produktion. Denn es wurde von unseren Experten entwickelt, die Know-how in Automatisierung, Digitalisierung und Cyber Security vereinen. Das Data Center beinhaltet alle Kernelemente eines Rechenzentrums, wie High Performance Computing, IT-OT-Netzwerke, Backup & Disaster Recovery, Prozessdatenarchivierung, unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine Security Architektur gemäß des internationalen Security Standards IEC 6243. Unser ganzheitlicher Ansatz umfasst dabei den kompletten Service, von der Beratung über die Konfiguration des Data Centers bis hin zu den passenden Support Services über den gesamten Lebenszyklus. Insgesamt haben wir also eine perfekte Symbiose aus Hardware, Software und Services. Alles aus einer Hand und betriebsbereit. Volker wird uns gleich einen tieferen Einblick in das ganzheitliche Industrial Automation Data Center geben. Werfen wir hierfür zunächst einen Blick hinter die Kulissen in die Schalträume der PRW. Sehr gerne, Anja. Hier sehen Sie zwei Varianten, ein PC7-System zu visualisieren. Die klassische Lösung über IPC, demgegenüber unsere Virtualisierungslösung Simatic Virtualization as a Service, kurz SIVAS. Es ist schnell zu erkennen, welche Vorteile eine Virtualisierung mit sich bringt. Weniger Platzbedarf, damit weniger Energieverbrauch, gerinnerer Wartungsaufwand und auch die Administration des Systems erfolgt von einer zentralen Stelle. Daher wollen wir unsere Virtualisierungslösung SIVAS als Kernelement in einem ganzheitlichen IADC genauer anschauen. Unser Angebot umfasst hierbei alles, was für eine Virtualisierungslösung erforderlich ist. Passende Software- und Hardwarekomponenten sowie Serviceleistungen über den kompletten Lebenszyklus. Systemgetestet und alles aus einer Hand. Und in jedem Fall perfekt aufeinander abgestimmt. Zwei weitere Aspekte, die in einem ganzheitlichen Data Center nicht fehlen dürfen, sind zum einen eine automatische Backup-Lösung und zum anderen eine Lösung zur Prozessdatenarchivierung. Genau, Anja. Denn nach Murphys Gesetz passiert ein Datenverlust eben immer dann, wenn gerade keine aktuelle Sicherung vorhanden ist. Backup-Software löst dieses Problem. Automatisierte Backup-Systeme können die Qualität und Zuverlässigkeit von Backups verbessern, während sich die Mitarbeiter auf andere Aufgaben konzentrieren können. In unserem Industrial Automation Data Center setzen wir hierbei die Lösung SIMATIC DCS GADA Infrastructure mit dem Modul Backup & Restore ein. Zudem werden in modernen Prozessanlagen enorme Datenmengen produziert. Die Herausforderungen bestehen einerseits in der Ablage von Echtzeitdaten, da hier große Datenmengen zeitfolgerichtig gespeichert werden müssen. Andererseits gehen in dieser Datenflut wertvolle Informationen schnell unter. SIMATIC DCS GADA Infrastructure mit dem Modul Process Historian archiviert Daten zuverlässig und verfügt über leistungsstarke Reporting-Tools. In beiden Fällen liefern wir im Rahmen unseres Data Centers leistungsfähige und vorkonferierte IT Infrastructure mit vorinstallierter Software und einem Service aus einer Hand. Aber was wäre all das ohne Cyber Security? Security ist heutzutage essentiell, denn durchschnittlich findet alle paar Sekunden ein Hackerangriff statt. Auch die Industrie ist davon betroffen. Stellen Sie sich einmal vor, dass Ihre Anlage aufgrund eines Angriffs stillsteht, Daten gestohlen werden, Sabotage, Erpressung, das ganze Spiel. Ein erheblicher Schaden, der im schlimmsten Fall das Ende Ihres Geschäfts bedeuten kann. Was können wir dagegen tun? Siemens stützt sich auf das ganzheitliche Defense in Depth-Konzept, die tiefgestaffelte Verteidigung. Das bedeutet, dass wir verschiedene Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen umsetzen und so einen Schutz aus mehreren Schichten aufbauen. Volker, was bietet unser IADC denn im Hinblick auf Security? Im IADC haben wir mehrere Maßnahmen implementiert. Du hast es bereits gesagt. Wir wollen einen Schutz aus mehreren Schichten aufbauen. Es wird zunehmend wichtiger, Produktivität und Know-how zuverlässig auf drei Ebenen zu schützen. Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität. Wir bieten Ihnen neben passender Netzwerktechnik auch den ganzheitlichen Aufbau einer Industrial DMZ an. DMZ steht für demilitarisierte Zone. Diese schirmt die OT-Systeme vor unautorisierten Zugriffen von außen ab. Hierfür setzen wir Next Generation Firewalls ein, die für industrielle Umgebungen vorkonfiguriert sind. Auch an dieser Stelle ist ein passender Service inkludiert. Gleichzeitig beinhaltet die DMZ auch Hosts, die mit den passenden VM-Templates perfekt für den Einsatz in einer DMZ abgestimmt sind. Darüber hinaus haben wir weitere Security-Services, die das Angebot ergänzen, wie zum Beispiel Anomalieerkennung oder Schwachstellenmanagement. Also nochmal zusammengefasst. Warum sollte man auf unser ganzheitliches Industrial Automation Data Center setzen? Wir haben ein vorkonfiguriertes, kundenspezifisches Data Center für Industrieanwendungen. Die einzelnen Komponenten sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt sowie systemgetestet. Und dazu bekommen Sie Service und Support für die Gesamtkonfiguration, also alles aus einer Hand. Dabei haben Sie maximale Flexibilität und Verfügbarkeit.